Am 1. Mai wird bei uns gefeiert. Mit unvergessenen Momenten. Und Songs, die unter die Haut gehen. Das war magisch. Die emotionalen Highlights aus vier Jahren. Boah, das kann Musik. Das ist irre. Und in 14 Tagen feiern wir mit Ray Garvey weiter. Sing mein Song. Die emotionalen Highlights. Nächsten Dienstag. Und in zwei Wochen der Ray Garvey Abend.